Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Herzlich Willkommen, hier ist Kontrafunk aktuell vom Mittwoch, den 28. August 2024. Die Hisbollah hat Israel mit zahlreichen Raketen angegriffen. Über die Gefahr der Hisbollah und deren Ziele sprechen wir mit dem Orientalisten und ehemaligen deutschen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Im deutschen Handwerk herrscht Nachwuchsmangel. Zehntausende Ausbildungsstellen können nicht besetzt werden. Wird das Handwerk verschwinden? Probleme und Lösungen besprechen wir mit Karl Krökel. Er ist Kreishandwerksbaumeister in Dessau-Roslau. Wie sieht die Corona-Aufarbeitung in Österreich aus? Eine richtige Aufarbeitung findet gar nicht statt, sagt die österreichische Psychotherapeutin und Autorin Dr. Merit Streicher. Sie war wegen Maskenattesten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Mit ihr besprechen wir auch das zukünftige Potenzial des Widerstands. Und Frank Warlich fragt sich in seinem Kommentar des Tages, wie soll es eigentlich nach Solingen weitergehen? Ich bin Gernot Stanowski, Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken in den Nahen Osten. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mit ihrem angekündigten Großangriff auf Israel begonnen. Der sei wohl die Antwort auf die Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukr in der Hauptstadt Beirut. Da uns auch dieser Kriegsschauplatz möglicherweise jetzt öfter beschäftigen wird und weil wir uns einen Überblick verschaffen wollen, ganz generell haben wir den Orientalisten und ehemaligen deutschen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht eingeladen. Herr Dr. Schlicht, schönen guten Tag. Guten Tag. Es wird viel und fast selbstverständlich immer darüber gesprochen, aber wer oder was ist die Hisbollah eigentlich? So ganz grundlegend. Die Hisbollah ist eine Bewegung, die eigentlich ein Kind des Nahostkonflikts ist, das durch Israels Libanon-Invasion in den 1980er Jahren entstanden ist. Israel hat sich im Libanon eingemischt, weil es nicht wollte, dass Libanon ein guter Gefahrenherd für Israel wird. Und daraufhin wurde die Hisbollah ins Leben gerufen. Es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen schiitischen Gemeinschaften. Hier haben die Iraner die Federführung übernommen und haben dafür gesorgt, dass sich diese verschiedenen Gruppierungen, Gemeinschaften, Milizen zusammenschließen und unter iranischer Führung zu einem großen Machtapparat wurden. Das Besondere daran war, dass die Hisbollah auch einem Bedürfnis entsprach, das im Libanon bestand. Dort waren die Schiiten ein relativ unterrepräsentierter und vernachlässigter und marginalisierter Bevölkerungsteil. Und die haben sich dann gerne von den Iranern motivieren lassen und waren auch bereit zur Radikalisierung und haben in der Hisbollah dann eben auch eine Vertreterin ihrer Interessen gesehen. Vor der Hisbollah gab es eine bürgerliche schiitische Bewegung, die aber lange nicht so charismatisch war, die nicht so intensiv war, die nicht so die Massen mitreißen konnte. Der Hisbollah hat praktisch die Interessen der Schiiten sehr konfrontativ und auch mit religiös-fundamentalistischem Akzent aufgenommen. Darf ich ganz kurz nachfragen, was bedeutet im nahöstlichen Raum eine bürgerliche Bewegung? Also ist das etwas, was quasi nicht von radikalen Moscheen oder Predigern ausgeht und eher aus dem Handwerkertum kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ganz richtig. Der Führer der Amal-Bewegung, so hieß die Bewegung, die die Schiiten vor Hisbollah vertreten hat, war ein Rechtsanwalt, der eigentlich nur wollte, dass man die Schiiten mehr wahrnimmt, dass sie ihrer Bedeutung gemäß mehr repräsentiert sind und der die Rolle der Schiiten im Kontext des libanesischen Bürgerkriegs, der seit 75 tobte, besser herausarbeiten wollte. Das war ein durchaus vernünftiger Mensch, der auch mit anderen politischen Kräften zusammengearbeitet hat, also durchaus auch Kooperation mit Christen gesucht hat, denn er wusste ja, dass der Libanon nur funktionieren kann, wenn die verschiedenen Gemeinschaften, die verschiedenen Religionsgruppen sich verständigen und miteinander arbeiten. Und das hat er umgesetzt. Und Hisbollah kam dann eben und hat das Ganze radikalisiert, ganz im Sinne der Iraner, die da fiederführend waren. Also Hisbollah ist sowohl iranischen Interessen geschuldet, als auch dem Gefühl, gerade der unteren Schichten im Libanon dicht ausreichend repräsentiert zu sein. Und abgesehen vom Machterhalt, was ist das Ziel der Hisbollah? Hisbollah hat viel schon erreicht. Eines der Ziele ist, eine wichtige Rolle im Libanon zu spielen. Und das tun sie. Sie waren in Regierungen vertreten. Sie sind im Parlament vertreten. Es geht eigentlich nichts ohne Hisbollah, denn sie ist die stärkste militärische Bewegung im libanesischen Gesamtkontext. Was sie als endgültiges Ziel wollen, ist eigentlich ein schiitischer Gottesstaat im Libanon nach iranischem Vorbild. Das, was einem immer im Hinterkopf ist, wenn man von Hisbollah spricht, sind die Soldaten oder die paramilitärischen Einheiten mit ihren gelben Kopfbändern und Fahnen, die immer in Reih und Glied stehen. Aber was steckt noch dahinter? Gibt es irgendwelche politischen Vorfeldorganisationen, irgendwelche anderen Parteien, irgendein Netzwerk, was dahinter steht? Was steckt noch politisch dahinter? Die Hisbollah ist durch und durch eine politische Organisation. Wir sehen immer nur den militärischen Arm, denn das ist das, was besonders beeindruckend ist und was auch in Bildern sehr gut wiederzugeben ist. Aber es ist auch eine politische Bewegung. Wie gesagt, die Hisbollah war in Kabinetten im Libanon vertreten, ist im Parlament, ist praktisch in allen Bereichen, ist sozial tätig. Andererseits sind sie aber auch in kriminellen Kontexten tätig. Sie mischen in Südamerika im Drogenhandel mit und sie haben versucht, weltweit schon islamisch tätig zu werden, zum Beispiel indem sie Freiwillige nach Bosnien in den dortigen Bürgerkrieg damals in den 90er Jahren geschickt haben. Also es ist eine sehr vielfältige Organisation und viele Schiiten sehen sie tatsächlich als Vertreterin ihrer Interessen an. Insbesondere seit in der Region fundamentalistische Tendenzen immer stärker werden. Das heißt, man bedient sozusagen gleichermaßen eine rationale, säkulare Außenpolitik als auch so ein bisschen die fanatische Klientel. Das ist für die Hisbollah ein und dieselbe Sache. Die sehen diese Trennung, die sie gerade hier hervorgearbeitet haben, nicht so, sondern die sehen das als ein gemeinsames Handeln und ein gemeinsames Konzept. Kommen wir mal auf den Angriff auf Israel aus den letzten Tagen zurück. Warum macht die Hisbollah das und warum machen sie es jetzt? Die Hisbollah ist einerseits mit dem Iran verbunden, andererseits mit den libanesischen Schiiten und Biden musste sie zeigen, dass sie in der Lage ist, tätig zu werden, dass sie wichtig ist in den Konzepten Irans und dass sie in der Lage auch ist, ihre Rolle in Libanon gegenüber Israel auszuspielen, dass sie ein großes Potenzial haben, dass sie auch bereit sind, das einzusetzen. Und dort wird natürlich dieser Schlag anders dargestellt, als er bei uns perzipiert wird. Dort wird er als eine große Machtdemonstration gesehen. Die Israelis, so wird gezeigt, haben Angst. Das sehe man ja an den großen Gegenmaßnahmen, die sie genommen haben. Man stellt sich dort so dar, als habe man einen Prestigerfolg erreicht. Auch wenn es für uns so aussieht, als sei es gar nicht viel gewesen und gar nicht viel bewirkt worden. Aber gegenüber den Iranern und den libanesischen Schiiten haben die Leute von Hezbollah gezeigt, dass sie ein Faktor sind und ein wichtiger Faktor sind. Und das gleiche gilt auch für Iran. Iran ist sehr froh, dass es Hezbollah da auch mal vorschicken konnte wieder, wie schon so oft, und dass Israel unter Druck stand. Hezbollah hat ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal den Erfolg gehabt, dass es israelische Soldaten entführen konnte. Das alles hat es schon gegeben. Und das zeigt seit Jahren aus Sicht von Hezbollah in Iran, dass man doch eine starke Bedrohung für Israel ist. Und Israel sieht es ja in gewisser Weise auch so, denn Hezbollah ist natürlich was anderes als Hamas, eine durchaus stärkere und umfassendere Bedrohung. Das wollte ich gerade fragen. Sie sprachen auch gerade von dem Potenzial. Was kann denn die Hezbollah militärisch? Ich las davon, dass man mittlerweile auch Drohnen besitzt. So ganz einfache Raketen, die also von Hand bedient werden können. Das ist ja mittlerweile in der Gegend sowieso Standard geworden. Aber man hat sich auch, was Hightech angeht, wohl etwas abgegradet, wahrscheinlich auch durch den Iran. Das kann natürlich auch nur Spielereien sein. Aber was kann vom Bedrohungspotenzial für Israel die Hezbollah tatsächlich? Hezbollah bekommt von Iran viel Geld. Das sind Hunderte von Millionen jedes Jahr. Und Hezbollah hat ein Raketenarsenal, das tausende Stück umfasst. Wobei natürlich da verschiedene Dinge durcheinander gehen. Es ist nicht alles Hightech. Aber es gibt natürlich auch Drohnen. Also es ist so, dass die Israelis eben nur aufgrund ihres guten Schutzschildes einigermaßen sicher sind, gäbe es den nicht, hätte man den nicht rechtzeitig entwickelt, wäre die Hezbollah eine echte Bedrohung. Denn sie können relativ viel militärtechnisch. Was ist denn deren Achillesferse? Also dass es jetzt von Israel abgewährt worden ist, ist ja die eine Sache. Aber wo setzen zum Beispiel die Israelis an, wenn es darum geht, Schläge gegen Hezbollah durchzuführen? Die Israelis setzen immer darauf, dass sie sehr viel wissen. Die haben einige Geheimdienste, die eben nicht wie unsere auf rechtsstaatliche Mittel nur allein angewiesen sind, sondern die machen umfassende Dinge und wissen sehr viel und wussten auch diesmal, dass der Anschlag kommen wird. Ebenso wissen die Israelis ganz genau, woher und wann die Lieferungen an Waffen kommen. Manchmal hören wir in den Nachrichten, es habe einen israelischen Schlag auf Ziele in Syrien gegeben. Und die Leute fragen sich dann hier, warum gerade jetzt? Da war doch gar nichts. Es war doch eigentlich ruhig. Das sind dann immer Aktionen gegen Waffenlieferungen von Iran über Damaskus nach Libanon. Denn ein weiterer Alliierter, den wir nicht vergessen dürfen in diesem Dreieck, ist der syrische Präsident Assad. Seine Regierung ist auch ein Verbündeter von Hezbollah und die haben sich gegenseitig unterstützt. Hezbollah hat im syrischen Bürgerkrieg auch Freiwillige geschickt. Freiwillige, die gegen den IS gekämpft haben? Genau so. Die das Regime gegen den IS unterstützt haben. Ich dachte immer, dass eigentlich Israel ja jetzt kein großer Freund von Syrien ist, aber dass man zumindest immer gewisse ähnliche Interessen miteinander geteilt hat. Und das zeigt eigentlich ja auch wieder, wie verzahnt und diametral und unterschiedlich und wie kompliziert dieses ganze Interessengeflecht im Nahen Osten ist, oder? Das zeigt es. Einerseits hat Israel in der Tat gemeinsame Interessen mit dem syrischen Regime. Andererseits ist das syrische Regime auch ein entschiedener Gegner Israels. Und je nach Gemengelage, je nach politische Situation ist Israel auch ein Staat, der immer wieder den Syrern zeigen muss, wo ihre Grenzen sind. Und das ist insbesondere der Fall, wenn man Waffen nach Libanon an die Hezbollah liefert. Denn die sind in aller Regel dann gegen Israel gerichtet. Jetzt kommt immer wieder mal in den deutschen Medien auch vor, dass Hezbollah aus Deutschland finanziert wird. Wie gut? Sind die Herrschaften weltweit vernetzt? Gilt das nur für Deutschland oder ist das, wie ich schon gefragt habe, mehr oder weniger weltweit? Nein, die sind weltweit vernetzt. Das ist eine internationale Organisation, die alle Möglichkeiten wahrnimmt, die man sich vorstellen kann. Und sie ist ja auch in Deutschland noch gar nicht so lange verboten. Das sind drei, vier Jahre, dass der Hezbollah bei uns verboten ist. Und da gibt es natürlich in einem so freien Land wie unserem alle Möglichkeiten, etwas zu tun. Und man ist nicht darauf eingeschränkt, mit Banken zu arbeiten. Da gibt es das Hezbollah-System, da gibt es internationale Verschiebungen von einem Land zum anderen. Also das ganze Instrumentarium, das auch den Geldwäschern zur Verfügung steht. Was ich interessant fand, war die Meldung oder die Interpretation seitens einiger Beobachter, dass das nur ein symbolträchtiger Angriff war, weil man ja damit hätte rechnen müssen, dass Israel sowieso das Ganze abfängt. Ist es quasi so eine Art Eskalation, die eigentlich eine Deeskalation gewesen ist? Ja, das ist eine sehr schöne Definition. Man konnte einerseits den eigenen Leuten der limanesischen Bevölkerung demonstrieren, wir haben etwas gemacht und wir waren aktiv und wir haben es den Israelis gezeigt. Andererseits hat man nichts gemacht, was nun wirklich einen umfassenden und brutalen und gefährlichen israelischen Gegenschlag auslösen würde. Man hat das getan, was man psychologisch musste, aber man hat nichts getan, um eine Reaktion hervorzurufen, die wirklich existenziell gefährdend sein könnte. Denn man hat ja gesehen im Verhältnis Israels zu Hamas, dass Israel inzwischen doch bereit ist, auch sehr weit zu gehen und auch sehr harte Schläge zu führen. Gut, also es ging auch ein bisschen um Gesichtswahrung. Aus Sicht der Hamas dürfte das wahrscheinlich nicht genügen. Die werden wahrscheinlich sagen, Freunde, das war es noch nicht. Das kann ja wohl nicht alles gewesen sein. Oder geht aus der Sicht von Libanon und Hezbollah die Freundschaft dann doch nicht so weit? So weit geht die Freundschaft dann doch wieder nicht. Denn letztendlich sind die Interessen nicht vollkommen deckungsgleich. Auf der einen Seite wollen natürlich die Iraner und ihre Verbündeten sich als Vorkämpfer für die palästinensische Sache inszedieren und immer wieder darauf hinweisen, dass die sunnitischen Länder wie Saudi-Arabien und so weiter ja völlig versagt haben. Andererseits hat man doch auch seine eigenen Interessen. Und die Position im Libanon, die besteht ja nicht nur darin, dass Hezbollah sich gegen Israel aufstellt, sondern man muss sich ja auch im Libanon behaupten. Eine Einschätzung über die Hezbollah und ihre politische und militärische Bedeutung war das vom Orientalisten und ehemaligen deutschen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Er hat übrigens auch ein interessantes Buch geschrieben, Die Araber und Europa. Herr Dr. Schlicht, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre interessanten Ausführungen. Ich danke Ihnen. Die Messermorde von Solingen haben wieder einmal gezeigt, die Sicherheitslage in Deutschland ist mehr als nur prekär. Daher ist es wichtig, auch festzuhalten, wie sich die führenden Politiker und Verantwortlichen dazu geäußert und wie sie gehandelt haben. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Frank Warlich. Der Kanzler gibt ein persönliches Statement und liest vom Teleprompter ab. Er kommt nach Solingen und redet über seinen Zorn, über das Abschlachten. Nachfragen sind nicht erlaubt. Fragen könnten diesen Kanzler aus dem Konzept bringen. Bleiben wir bei den Sozialdemokraten, deren Fenster zur Welt der Wahlbürger der Blick in die Fernsehkameras ist. Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, tonangebend, zeichensetzend, eiskalt. Von den Morden in Solingen, vom öffentlichen Sterben mit durchtrennten Halsschlagadern, können wir nicht allzu viel lernen, sagt sie. Noch einmal, weil es so ehrlich wie kalt ist. Von den Morden eines illegalen Migranten können wir nicht allzu viel lernen. Drei Deutsche abgestochen, weitere schwer verletzt, das Blut auf dem Festplatz noch nicht getrocknet und weggewischt. Bei wie viel Terrormorden setzt eigentlich bei dieser Frau und ihrer Partei ein Lerneffekt ein? Mit wir meint Frau Esken ihre politische Klasse. Woher sollen sie etwas gelernt haben, was sie nicht bereits wissen? Sie bewegen sich durch das Land mit Leibwächtern und Limousinen und bekommen von treuen Funktionären ausgewähltes Volk vorgeführt. Das ist ihre Welt. Sie sprechen in Kameras und diktieren in Blöcke. Diejenigen, die noch Talkshows sehen, was für ein treffender Name für diese politische Kunstwelt, sehen immer die gleichen Figuren, die Besorgnis- und Lösungskompetenz vorgeben. SPD-Innenministerin Faeser steht mit dem Solinger Bürgermeister, der in Schleuseraktivitäten verwickelt sein soll auf dem Podium und warnt vor Hass und Hetze und bringt das Sprüchlein vom Zusammenstehen. Wenn Menschen zusammenstehen, ist der nächste Hals keine Armlänge Abstand entfernt. Solingen hat dies blutig gezeigt. Nancy Faeser will endlich das Waffenrecht verschärfen. Jäger und Sportschützen sollen an die Kandare, sprich entwaffnet werden. Dabei weist der gerade veröffentlichte Polizeibericht aus, dass von Jägern und Schützen keine Gefahr ausgeht. Faeser will die Bürger entwaffnen, Migrantengewalt und die Menschen wehrlos. Ein Polizeifunktionär sagt deutlich, jeder sei selbstverantwortlich, wenn er sein Haus verlässt, öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder Veranstaltungen besucht. Der grüne Habeck mischt sich ein mit magischem Denken ganz nach grüner Art. Ein Messerverbot will er, dabei macht sich kein Messer selbstständig auf die Suche nach Blutgefäßen. Die Pressebengels aber schreiben brav mit und verbreiten die Habecksche Sorge vor wild gewordenen Messern. Das ist die Ahnungslosigkeit, die Weltfremdheit dieser Politik. Habeck hätte auch fordern können, wer mit dem Waffenrecht in Konflikt gerät, verliert Asylanspruch und Aufenthaltsrecht. Dann wäre die aus grünen Augen so schöne Reinkommen-und-bleiben-Politik an ihr Ende gekommen. Das wäre aber kein magisches Denken mehr, sondern hätte etwas mit Verantwortung den Deutschen gegenüber zu tun. Aber sie wollen ja nichts lernen, diese abgeschottete Kaste. Da hat Frau Esken wahrgesprochen, da ist nichts zu lernen. Die Migrationspolitik ist zwar gescheitert, wirkt tödlich. Wir beachten unsere eigenen Gesetze nicht und bauen dagegen Wohnungen, gewähren Geld und stellen Pässe aus. Dieses Land bekommt weiterhin junge Männer aus islamischen Gesellschaften. Und wenn das Volk leidet, sich fürchtet, gar murrt, dann soll das Volk sich ein Stück Torte kaufen. Das beruhigt. Alle warnen jetzt davor, den Terror von Solingen zu instrumentalisieren, weil doch in ein paar Tagen Wahlen in Sachsen und Thüringen sind. Aber alle tun es. Die politische Klasse der selbsternannten Demokraten fürchtet, dass der erschrockene Wähler die falschen wählt. Jede Berichterstattung über Solingen ist ein Instrumentalisieren. Schon die Auswahl der politischen Reaktionen ist es. Von der AfD wurde da wenig berichtet. Offensichtlich wollte die Presse nicht wissen, was die Vertreter dieser Partei denken. Und wenn doch, dann kommt sofort einer der Demokraten daher und stellt Hass und Hetze fest. Auch das ist wieder magisches Denken. Man fährt der aufstrebenden politischen Konkurrenz übers Maul, lässt sie vor keine Kamera und glaubt, dass es nützt. Phantasten, die an Zauberei und Magie glauben, können recht unterhaltsam sein. Phantasten in der Politik sind Ideologen und brandgefährlich. Sie nehmen Leichen in Kauf und lassen die Blutlachen wegkärchern. Sie lernen nicht allzu viel. Das war der Kommentar des Tages von Frank Walig. Sie ist eine psychologische Kriegserklärung. Sie hält die Menschen klein und verobjektiviert sie. Das hat die österreichische Psychotherapeutin und Autorin Dr. Merit Streicher in der Corona-Zeit über die Masken gesagt. Sie hat manchen ihrer Patienten einen Maskenattest ausgestellt. Und das kam sie teuer zu stehen, denn sie wurde angezeigt und am Ende zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Über ihre Geschichte, aber natürlich auch über das Thema Corona-Aufarbeitung in Österreich sprechen wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Streicher. Hallo. Ja, hallo. Der Presse konnte ich entnehmen. Als Corona losging, haben Sie zuerst vielen Menschen telefonischen Beistand geleistet. Dann haben Sie 700 Maskenatteste ausgestellt. 300 davon gingen nach Deutschland. Und als sich das herumgesprochen hat, da sind die Bildungsdirektionen auf Sie aufmerksam geworden. Und die haben ihre Atteste dann für ungültig und für illegal erklärt. Wie ist es dann weitergegangen, gerichtlich, gegen Sie? Ich wurde angeklagt wegen, das fällt mir nach wie vor schwer, wegen massiver Gefährdung der allgemeinen Volksgesundheit. Weil ich Leute animiere, die Maske nicht zu tragen, weil ich ihnen versucht habe, Alternativen zu zeigen. Da steht drei Jahre unbedingt am Spielen. Ich wurde deswegen freigesprochen, weil man mir nicht nachweisen konnte, dass die Patienten, die Ratsuchenden, es waren ja auch gesunde Menschen, die zu mir gesagt haben, Frau Streicher, das geht nicht, ich kann das nicht tragen. Ja, da wurde ich dann freigesprochen, weil man mir nicht nachweisen konnte, dass jene, die ich dazu animiert habe, sich den Maßnahmen zu widersetzen, massenhaft diese Seuche verbreitet haben. Übrig geblieben ist die Täuschung. Da war die Begründung des Gerichtes in der zweiten Instanz, dass ich mittels Täuschung und gewerblichem Betrug einen Schaden an der Gesellschaft angerichtet habe. Ich habe die Menschen getäuscht, denn ich habe eine Tätigkeit ausgeübt, die nur Ärzten vorbehalten ist. Das heißt, Leuten zuzuhören, Leuten ein bildungsphilosophisches, wenn es um Kindergärtner und so weiter gehandelt hat, oder eben therapeutische Grundachten zu erstellen, mache ich es seit 1998. Es stellt sich hier nicht um die Frage der Befugnis, sondern das war einfach die Frage, dass ich gefälligst mundtot sein sollte. Und das ist auch gelungen. Wie sah das denn für Sie beruflich aus? Durften Sie dann ganz normal weiterarbeiten oder haben Sie so eine Art Berufsverbot bekommen? Nein, das habe ich nicht bekommen. Das habe ich nicht bekommen, weil wer soll mir denn etwas verbieten? Wer soll mir das Denken und demzufolge Handeln verbieten? Ich bin nicht Mitglied einer Psychotherapeutenkammer. Ich bin nicht Mitglied einer Ärztinnenkammer. Und die haben mich einfach angezeigt, weil einfach Kolleginnen aus der Kammergemeinde, damit die Streika macht trotzdem Geschäfte, während wir im Lockdown sitzen. Und da hat sich die menschliche Seele, vor allem in meinen Berufskollegen, wunderbar offenbart. Ich habe kein Berufsverbot, aber das geht ja ganz anders in unserer digitalen, geschmeidigen Welt. Wer geht schon zu einer verurteilten Verbrecherin? Das war mir die erste Schockstarre, dass die Klienten ausgeblieben sind. Und jetzt im Zuge der Teuerung, obwohl ich nicht mit meinem Honoraren hinaufgefahren bin, sagen Leute, ich würde eh gern zu dir kommen, aber ich kann mir die nicht leisten. Und ich gehe doch wieder zu jenen zurück, die in einer Krankenkassen oder wie auch ähnlichen Organisation tätig sind. Und da zahle ich halt nur einen bestimmten Betrag, den ich mir eher leisten kann. Obwohl es dieselben Therapeuten waren, die sie vor einiger Zeit noch hinausgeworfen haben, weil sie keine Maske aufgesetzt haben. In Österreich ist das Thema Corona-Aufarbeitung ja mehr oder weniger abgehakt. Zumindest, wenn es nach den damaligen Verantwortlichen und auch den heutigen geht. Denn der Kanzler Nehammer hat ja letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, diese Studie präsentiert, wo man so ein paar kleine Fehler, gerade auch in der Kommunikation, eingeräumt hat, aber dann doch viel richtig gemacht haben will. Ihre Einschätzung, wie weit ist Österreich in Sachen Corona-Aufarbeitung? Ich bin nicht am Anfang. Wir stehen genau dort, wo wir vor vier Jahren gestanden sind, vielleicht ein bisschen weniger mit Schockstarre. Aber es ist noch immer nicht im Bewusstsein der einzelnen Menschen eingedrungen, dass genau dieser Schritt, einen Menschen sozusagen zu katalogisieren, durch die An- oder Abwesenheit eines Virus, dass dieser Schritt nicht passieren hätte dürfen. Und erst wenn das in den Köpfen all jener, die das verordnet haben und all jener, die das willfährig ausgeführt haben und all jener, die das mitgemacht haben. Weil, wenn das verankert ist, dann geht es federleicht. Dann geht es los mit der Aufarbeitung. Jetzt kommen wir mal zur politischen Dimension. Wir haben im Herbst in Österreich Nationalratswahl. Wir haben die MFG, wir haben die DNA, also die Partei von Maria Hubmer-Mock. Wir haben die FPÖ und Sie von der Liste Petrovic. Sie stehen da auf Platz 44 auf der Liste. Sie alle machen sich für eine Aufarbeitung stark. Woran müssen sich diese Parteien messen lassen? Und inwieweit könnte zumindest beim Thema Corona-Aufarbeitung da eine Bündelung stattfinden? Diese Parteien, die Sie alle aufgezählt haben, Wenn für die Aufarbeitung mehr ist als ein Wahlkampfschlager, mehr als ein Quoten-Gassenhauer, wenn sie wirklich dahinter stehen, dann ist das die Chance für eine neue Realität, eine Bündelung. Lassen Sie mich da kurz einhaken. Jetzt ist es so, dass die FPÖ in Österreich medial immer als das große politische Schmuddelkind gebrannt magt wird, mit dem keiner spielen will oder keiner spielen soll. Sie würden aber schon sagen, wenn die es durchziehen und wenn die Überschneidungen da sind, inhaltlich, dass man es mit denen dann schon macht und mit denen schon zusammenarbeiten würde? Aber natürlich, natürlich. Und ich glaube, dass die anderen MSG und die anderen, die eben auch noch sich mit diesem Thema beschäftigen, das auch wirklich ernst meinen. Ich meine, es wird sehr viel schon seit einiger Zeit, das Thema Aufarbeitung. Aber ich habe von den anderen Parteien noch nicht wirklich eine klare Definition, was denn unter Aufarbeitung zu verstehen ist. Und da gehen wir schon ein bisschen, also ich bin eine Tilliste, ich bin eine von denen, da gehe ich dann schon eine Spur weiter. Wie weit gehen Sie denn? Wie sieht denn Aufarbeitung für Sie aus? Aufarbeitung sieht für mich aus, dass es eine radikale Hinwendung zur Menschlichkeit gibt. Und dass wirklich auch eine Art Selbstvergebungsprozess stattfinden muss. Ich muss mir dessen bewusst sein, wo ich mitgemacht habe und aus welchem Grund. Und dann wird einem selbst auch klar, dass wir entweder hineinteatert worden sind oder wie auch immer und dass das nicht mehr zu passieren hat. Aber solange die Aufarbeitung so läuft, die anderen müssen zur Regenschaft gezogen werden. Die anderen gehören vor ein Tribunal. Die anderen. Das ist leider Gottes nicht der Weg, den ich mir vorstelle und der auch einer neuen Realität, von der wir alle reden, nach einer Vollendung des Transformationsprozesses zu beschreiten ist. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt nicht wenige, die in Deutschland oder in Österreich auch sagen würden, Mensch, die Gesundheitsminister, die gehören zum Beispiel weggesperrt oder zumindest erst mal angeklagt, bevor man da die Handschellen klicken hört. Sie sagen, man muss sich selbst vergeben. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat, wie meinen Sie das? Wie soll ich mir selbst vergeben und warum? Ich kann doch vielleicht höchstens jemandem vergeben, der mir irgendetwas angetan hat oder mich restriktiv behandelt hat. Wie meinen Sie das? Ich kenne auch sehr viele, die in einem temporären Zusammenhang nach der Impfung schwere Probleme bekommen haben. Eben die Angehörigen oder auch die Menschen, die selbst betroffen sind. Sehr viele, vor allem die ich kenne, geradezu im Staccato-artigen Sprechtempo erklärt. Ja, aber es hat nichts mit der Impfung zu tun. Ja, es hat nichts damit zu tun. Und auch andere, die diesen Menschen, den Betroffenen gekannt haben. Ja, aber er hat schon immer Probleme gehabt. Es wäre so hilfreich, wenn die Betroffenen, man, die sind eh geschädigt genug, aber auch das Umfeld der Betroffenen auch wirklich für sich verinnerlichen müssen, dass es sich tatsächlich um eine Folge dieser Impfung und auch dieser Zwangsmaßnahmen handelt. Nur einmal den gedanklichen Raum freilassen und nicht schon wieder drüber fahren und niederfahren mit irgendeinem Marketingkonzept, das mir sagt, es hat nichts damit zu tun. Auch für die Heilung, weil ich gehe davon aus, dass es auch jene, die Schädigungen haben, dass es da Hilfe gibt. Aber nicht mit einer Wunderbille, sondern auch mit einer geistigen Herausarbeitungsenergie. Das klingt jetzt furchtbar esoterisch, aber ich kann es nicht anders auspacken. Und was ist mit denjenigen, die während der Corona-Zeit unter den Restriktionen gelitten haben? Unter anderem auch die, die bei Ihnen anriefen und sagten, Frau Streicher, geben Sie mir bitte ein Maskenattest. Wie soll eine Aufarbeitung bei denen funktionieren und wie müssen die sich verzeihen? Wenn wir einfach einmal mit mir beginnen, auch ich gehe schon seit Monaten, eigentlich seit meinem Urteil, ist ja auch schon drei Jahre jetzt, die Bewährungsfrist, Ende der 21. September. Nur so by the way. Und ich mir immer wieder die Frage stelle, wo ist denn mein Anteil, dass diese Pandemie mit all diesen Begleiterscheinungen überhaupt aufrecht geblieben ist? Ja, weil ich einem Algorithmus, einem mathematischen Programmchen, einem Tortendiagramm aus dem Fernsehen glauben oder zumindest Beachtung geschenkt habe und aus dieser Beachtung heraus Atteste geschrieben habe. Natürlich auch im Hinblick, ich will den Menschen helfen, aber das ist dann eigentlich auch sekundär. Und da muss auch ich sagen, ich habe sicher die Fehleinschätzung getätigt, dass ich dieses eigenständige Denken und dieses ermächtigende, ich bin Mensch und kein Algorithmus, der irgendwie definiert ist durch die An- oder Abwesenheit eines Virus, dass ich so etwas mit einem Papier verordnen kann. Das war mein Fehler an dem Ganzen. Werfen wir abschließend noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Die Affenpocken scheinen im Kommen zu sein, zumindest werden die Meldung darüber immer mehr. Die Aktie des Impfstoffherstellers geht schon nach oben und ich frage mich, der Widerstand, was ist mit dem, wo sehen Sie den aktuell? Organisiert man sich in Telegram-Gruppen oder wird sich das erst zeigen, wenn es wieder ganz schlimm ist und wir wieder vor einer Impfung oder vor irgendwelchen Lockdowns stehen? Also was trauen Sie dem Widerstand, gerade im Hinblick auf die anrauschenden Affenpocken noch so zu? Wenig. Er muss sich ändern. Das geht nicht. Also mit dem, was wir vier Jahre gemacht haben, da will ich mich nicht ausnehmen. Ich habe ja auch Reden gehalten. Ich habe auch geglaubt, in maßloser Selbstüberschätzung, wenn ich den Leuten erkläre, was hier abgeht, dann werden sie das Richtige tun. Nein, wir warten bitte nicht, bis die ersten Affenpocken da in Österreich sind, weil das kann man ja mit Windpocken oder mit sonst irgendwas auch irgendwie gleich überfrämen. Das geht ja ganz einfach mit diesen neuen technischen Medien, dass wirklich die Menschen, die nicht nur geredet haben, sondern die, die auch danach gehandelt haben, dass die wirklich zu einem intelligenten, empathischen Zusammenhalt kommen, sodass diese Menschen, die aufklärerisch tätig waren, eine Strahlkraft haben, dass Menschen, die wir manchmal so als normal bezeichnen, dass die einfach zum Licht gehen, nämlich dorthin gehen, wo einfach eine klare Haltung ist. Wie sieht es eigentlich mit der Corona-Aufarbeitung in Österreich aus und wo kann jeder selber anfangen, aufzuarbeiten? Über dieses Thema sprach ich mit der Psychotherapeutin und Autorin Dr. Merit Streicher. Frau Streicher, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Ich danke auch für Ihre sehr empathische Interviewführung. Liebe Hörer, was soll aus dem deutschen Handwerk werden? Stirbt das vielleicht sogar aus? Durchschnittlich über 236.000 offene Stellen in überwiegend handwerklichen Berufen. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung im Jahr 2010. Gerade zum Beispiel im Bauhandwerk ist die Situation richtig problematisch. Über die Situation, über die Gründe und vielleicht über das, was man dagegen unternehmen kann, spreche ich jetzt mit Karl Kröckel. Er ist Kreishandwerksmeister in Dessau-Rösslau. Guten Tag, Herr Kröckel. Ich grüße Sie aus Dessau, der Bauhausstadt. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des deutschen Handwerks ein? Die Situation hat sich verschärft in den letzten 15 Jahren. Vieles hat sich über Generationen nicht verändert. Also, dass man in der Ausbildung fürs Leben lernt, ist ja nicht einfach nur ein Spruch. Und heute sorgen in vielen Handwerksbetrieben die Kolleginnen und Kollegen erstmal dafür, dass der Auszubildende regelmäßig Essen pünktlich erscheint oder dass man Bitte und Danke sagt. Auch deswegen sprechen wir von einer Handwerkerfamilie und wird ja viel gesagt, dass ein guter Handwerksbetrieb drei Sozialarbeiter ersetzt. Also, aber was Sie anschneiden, Ihre Frage, den einen Grund, dass sich immer weniger für einen Handwerksberuf oder eine handwerkliche Ausbildung entscheiden, den gibt es im Grunde genommen nicht. Doch zentral, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe ja auch zwei Bildungskonferenzen in Dessau organisiert, zentral ist, dass wir in der Bildungspolitik in den vergangenen zwei Jahrzehnten falsch abgebogen sind, weil auch vermittelt wurde, dass nur eine akademische Ausbildung zu Wohlstand führt. Das heißt also, insgesamt die Wertigkeit von Arbeit hat sich dramatisch verändert. Was hat denn auf die Bevölkerung und auf diejenigen, die das Handwerk eigentlich benötigen, dieser Handwerker und auch Nachwuchsmangel für direkte Auswirkungen? Man sieht das ja auch, dass Gebäude nicht renoviert werden können. Möglicherweise brauchen die Leute bis zu sechs Monate, bis der Installateur kommt. Also was für Auswirkungen kriegt denn der Bürger zu spüren? Der Bürger bekommt das hautnah zu spüren durch längere Wartezeiten. Ich rede jetzt mal nicht über diese ganze Geschichte Sanktionspolitik, Preissteigerung von 30 bis 60 Prozent bei Ersatzteilen und so weiter. Ich lasse das mal außen vor. Aber die Energie- und Heizungswende kurbelt ja vor allen Dingen die Nachfrage nach Handwerkern noch zusätzlich an. Es sind 250.000 Stellen nicht besetzt und in den kommenden Jahren müssen für 125.000 Betriebe ein altersbedingt ein neuer Inhaber gefunden werden. Hier baut sich im Grunde genommen ein Desaster an. Also diese Energie- und Heizungswende ist ein riesengroßer Brocken. Und hinzu kommt ja auch, dass die jungen Leute, ich nenne das immer die Generation Z, also Zumutung, sie sahen ja selber, sie seien nicht so leistungsfähig, die Wohlstandskinder der Jahre, 95 bis 2010. Also sie rennen nicht, sie schreiten auf dem Arbeitsmarkt. Und da stellt sich die Frage, was ist hier in diesem Land, der einst so fleißig passiert? Dann richten wir mal den Blick vom Kleinen auch aufs Große. Welche Auswirkungen hat das auf Deutschland, auf das ganze Land, wenn die Handwerksbetriebe nicht mehr gesund sind? Also wenn die nicht mehr funktionieren, wenn nicht mehr repariert werden kann, wenn die Häuser verschimmeln, wenn die Wände marode sind und so weiter und so fort, wenn Autos nicht mehr repariert werden können, das schlägt sich doch negativ auf das ganze Land nieder und ist doch eigentlich auch zerstörerisch für eine sogenannte große Industrienation. Die Deindustrialisierung, die wird ja voranschreiten. Also große Betriebe, denen die Energiekosten hier zu hoch sind, werden ja dorthin gehen, wo sie um ein Vielfaches geringer sind, teilweise in Amerika und woanders. Und im Zuge der Deindustrialisierung verlieren wir natürlich auch als Handwerk. Das ist der eine Grund. Aber auch der Präsident Bundesinstitut Berufsbildung spricht ja von einer Fachkräftekatastrophe. Wenn einer über eine Fachkräftekatastrophe spricht, dann signalisiert das ja so eine Art Ausweglosigkeit. Und diese Ausweglosigkeit drückt sich im Moment darin aus, dass eben die Zahl der Selbstständigen dramatisch sinkt. Das liegt nicht nur an der Demografie. Das führt eben dazu, dass junge Fachkräfte sich eher für ein Angestelltenverhältnis entscheiden. Wir haben große Konkurrenz im öffentlichen Dienst. In Deutschland arbeiten 3,5 Millionen Selbstständige und im öffentlichen Dienst sind es 5,2 Millionen beschäftigt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und ich war neulich hier. Die nannte sich Vokatium, Fachmesse für Ausbildung und Studium in Dessau, in der Anhalt Arena. Da war nicht ein einziger Handwerksbetrieb. Also die Messe war stark besucht. Die ganze Halle, brabbenvoll. Die Bundeswehr mit 14 Metern größten Stand, bezahlt aus Steuermitteln, die wir als Handwerker erwirtschaften müssen. Wir können es uns aber nicht mehr leisten. Entstand uns dort hinzustellen. Die Finanzverwaltung, Zoll, Polizei, alle werben sie in Größenordnung und versprechen dieser Z-Generation alles. Werfen den iPads und iPhones hinterher. Und da können wir im Grunde genommen als Handwerker fast nicht mehr mithalten. Das ist für uns ein Riesenproblem. Aber Sie hatten das ja schon angedeutet. Der Bedarf an Handwerkern, an Handwerk, an dem was produziert werden muss, ist ja da. Wenn man das nicht hat, holt man das aus dem Ausland, ruft man dann in China an und fragt, könnt ihr das machen oder in Polen oder was ist da für die Lösung? Also ich sag's mal so, bei den Geburtenraten, die wir zu verzeichnen haben in Deutschland, ist ja völlig klar, dass wir langfristig, eine Bevölkerungslücke haben, wäre nur eine Fachkräftelücke. Also ohne Integration geht es ja ohnehin nicht. Das steht schon mal fest. Aber die Frage ist doch die, ob wir jetzt das so hinnehmen, dass unsere jüngste Generation am Arbeitsmarkt mit den Füßen abstimmt, weil sie sehr genau weiß, wie wichtig sie für Deutschland ist. Und die Unternehmen, also wir, buckeln vor ihnen. Von den falschen Anreizen hatte ich eben gesprochen und die jungen Menschen können sich also hier die Sahnestücken raussuchen. Oder sagen wir, wir müssen im Grunde genommen am Bildungssystem endlich mal ansetzen. Also hier stimmt irgendwas nicht. Und meine persönliche Meinung ist, Bildung ohne Erziehung, wie wir es auch in der DDR hatten, kann nicht funktionieren. Ich habe das auch schon gehört, dass viele Schulabgänger sich der Karrieremöglichkeiten im Handwerk gar nicht bewusst sind, obwohl Handwerk ja massiv gebraucht wird. Oder sie erhalten nicht die notwendige Unterstützung, damit sie sich orientieren, um eine Karriere im Handwerk zu starten. Was wären denn solche Karrieremöglichkeiten, die da offen vor einem liegen würden? Mittlerweile ist klar, wir brauchen Fachpraxistage. Die Leute müssen wissen, was auf die jungen Leute, was auf sie drauf zukommt. Sie müssen auch mal anfassen, Handwerk und sich ausprobieren. Und das findet alles nicht statt, auch zu wenig statt. Das versuche ich zu beleben wieder. Wir versuchen das auch in Dessau zu machen mit so einer Sekundarschule. Es war ja aufgrund des Lehrermangels, kamen die ja auf die grandiose Idee, dann machen wir eben bloß noch vier Tage Schule und ein Tage Homeoffice. Ich sage, wir machen kein Homeoffice, wir machen Fachpraxistage, wir gehen in die Produktion. Und die Folgen sind doch, weil das nicht gemacht wird, aus irgendwelchen Gründen, sind ja verheerend. Wir haben hier eine Abbrecherquote, die fangen dann an zu lernen. Es hat sich insoweit verändert, dass vor 10, 15 Jahren die jungen Leute wenigstens noch zum Vorstellungsgespräch gekommen sind. Heute kommen sie teilweise nicht zu den Terminen oder wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist, erscheinen sie einfach nicht am ersten Arbeitstag oder sind der Meinung, im Winter, weil es so kalt ist, ob sie da überhaupt arbeiten müssen. Diese Abbrecherquote, die aufgrund dieser Geschichte, da wird die Leute nicht richtig vorbereiten auf ihren Lebensweg. Jetzt hängt ja alles damit zusammen, mit Familiengründungen und so weiter und sich was schaffen. Und nur durch Leistungen, das muss ja auch vorgelebt werden, kann man was erreichen und sein Leben gestalten. Das findet meiner Meinung nach nicht statt. Dann gründen wir wieder eine Fördermaßnahme über das Land, wo wir dann die Abbrecherquote versuchen zu reduzieren. Ich frage mich, wieso wir in der normalen freien Wirtschaft eine Abbrecherquote in der Ausbildung von 35 Prozent haben und bei Siemens in den Großkonzernen, die Pädagogen und alles Mögliche haben, eine Abbrecherquote von 0,1 Prozent. Das kann sich jeder selber ein Reim machen, woran das liegt. Was macht dieser Handwerker- oder Nachwuchsmangel auch mit denjenigen, die die Handwerker benötigen? Also haben Sie auch die Beobachtung gemacht, dass viele sich mittlerweile selber in die Baumärkte zum Beispiel begeben, sich Handwerkszeug, Geistiges aneignen und viele Dinge selber machen? Wir werden in einigen Bereichen über DDR verhalten sein. In der DDR waren wir alles fleißige Heimwerker und Maler gab es sowieso kaum. Also hat jeder seine Wände selber gemalert und dappiziert. Wenn aufgrund der Sanktionspolitik die Preise immer weiter steigen, im Bäckerhandwerk vor Ukraine 3 Prozent, also die Strom- und Energiekosten ausgemacht haben und jetzt 15 Prozent. Wenn wir in Verhältnisse kommen, dass eine Malerstunde aufgrund dieser Inflation und eine Preisspirale, dass eine Malerstunde 100 Euro kostet, dann wird das hier vor allen Dingen im Osten bei diesen nach wie vor jeringeren, wesentlich jeringeren Löhnen als im Westen, wird das keiner mehr bezahlen. Dann hat sich das mit dem Nachwuchs erledigt, weil keiner mehr gebraucht wird in bestimmten Gewerken. Wenn wir von Ausbildungsnachwuchs und Mangel reden, dann liegt es vielleicht auch daran, dass die jungen Leute nicht richtig angesprochen werden. Liegt es vielleicht auch daran, dass man ein gewisses Selbstbild als Firma pflegen muss und ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein und zu sagen, so, das sind wir, wir sind die Besten in dem, was wir machen in unserer Region? Also auf jeden Fall. Aber ob das das aufwiegt im Moment, dieser An auf die jungen Leute, durch alle Bereiche, also Finanzverwaltung, Bundeswehr und so weiter, die ja teilweise mit Lehrlingsentgelten bis zu 1.800 Euro pro Monat dort einfach zahlen, aus Steuermitteln, sage ich immer mal, können wir teilweise als Handwerker nicht mithalten. Also ich erlebe immer mehr, dass gestandene Meister sagen, also ich tue mir das im Grunde genommen nicht mehr an, dann lasse ich eben meinen Betrieb auslaufen, ich habe noch fünf Jahre. Das tut insofern weh, dass wir ja als Handwerk auch gerade die Innung über 500 Jahre immer, sagen wir mal, innovativer uns angepasst haben. Die Industrielle Revolution, die dann kam und wo sich das Handwerk sich dramatisch verändern musste und einstellen musste, das ist eigentlich immer alles von Generation zu Generation gelungen. Wir bilden ja unseren Nachwuchs auch immer selber aus. Das hat bisher eigentlich immer funktioniert. Aber wenn bestimmte Dinge, Stimuli durch andere Bereiche völlig aus dem Ruder laufen, dann muss ihr gesellschaftliches Korrektiv her. Jetzt haben wir viele auf die Situation geschimpft. Jetzt hätte ich ganz gerne von Ihnen noch ein, zwei Lösungsansätze. Wie kriegen wir das wieder hin? Wie reißen wir das Ruder da wieder rum? Sie sind da auch tief genug drin, dass Sie sagen, da oder da könnte man vielleicht ansetzen. Also wir sind uns völlig einig am Handwerk, dass wir hier, sagen wir mal, zu ein paar Veränderungen kommen müssen. Das Erste fängt an, dass wir, sagen wir mal, nicht jeder hier aufs Gymnasium kann. Dass wir dort ein gewisses Prinzip, Leistungsprinzip, auch die Besten zum Studium gehen und so weiter. Dass wir deutlich machen und in die Schulen mehr reingehen. Und hier sind wir uns eigentlich einig, auch mit den Agenturen für Arbeit, dass wir hier ein neues Konzept auf die Beine stellen wollen. Wir wollen die Karrierechancen im Handwerk deutlicher machen. Wir wollen reine Handwerkermessen organisieren, gemeinsam mit anderen Kreishandwerkerschaften. Und wir haben als Stadt, dazu haben wir die Zusammenarbeit hier in Tessau-Roslau, dort wollen wir so eine Maßnahme jetzt einführen, gemeinsam mit dem Land zur Berufsorientierung, ganz groß. Das Konzept steht schon. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, das geht ja auch gar nicht. Ich habe in meiner Karriere als Obermeister Metall 850 Prüfungen abgenommen im Metallbereich an Gesellen. Die sind dann 25 Jahre älter, traf viele noch öfters auf der Straße. Wir unterhalten uns und sehen, was aus den Leuten auch im Handwerk geworden ist. Sie haben Familien gegründet, die haben sich ein Haus gebaut, die sind stolz auf ihre Arbeit und suchen nicht den Schreibtisch in der Verwaltung. Insofern ist das Handwerk eine schöne Sache, abwechslungsreich und erfüllt einen auch, ist meine Meinung. Wir müssen eben jetzt besser kommunizieren und besser überbringen. Was soll aus dem deutschen Handwerk werden? Die Frage ist berechtigt, denn es fehlen Nachwuchskräfte überall. Über die Situation sprach ich mit Karl Krökel. Er ist Kreishandwerksbaumeister in Tessau-Roslau. Herr Krökel, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Danke, gerne. Tschüss. Liebe Hörer, das war's wieder mit Kontrafunk aktuell für diesen 28. August 2024. Wir sprachen über die Hisbollah mit dem ehemaligen deutschen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Über das deutsche Handwerk und vor allem den Nachwuchsmangel sprachen wir mit Karl Krökel. Und über den Corona-Widerstand und die Corona-Aufarbeitung in Österreich sprachen wir mit Merit Streicher. Der Kommentar kam von Frank Warlich. Liebe Hörer und vor allem liebe Kochfans, ich habe einen wunderbaren Programm-Tipp für Sie hier im Kontrafunk. Und zwar heute um 14 Uhr. Leib und Speise. Da widmet sich Markus Fahlefeld mit einem Foodblogger der ostpreußischen Küche, aber auch der westpreußischen und schlesischen. Da schon mal viel Vergnügen und guten Appetit. Und heute Abend kommt eine neue Ausgabe von Ludgers Welt. Und zwar widmet sich Ludger der Astrologie. Ich wünsche Ihnen da schon mal viel Vergnügen. 20 Uhr ist es da soweit. Ich bin Gernot Donowski. Ich sage Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio